Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Kurz-Review. Heute soll es gehen um Kiss the Cook. Wieder ein Beispiel für ganz tolles Marketing. Ich möchte es gerne mal verstehen. Der heißt nämlich im Original Chef. Warum man jetzt da im Deutschen so einen generischen Titel für so einen Film wählt? Ich werde es nicht mehr verstehen in meinem Leben. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Es geht ja um den Film und nicht um den Titel. Wir begegnen in diesem Film dem Karl. Der Karl ist ein Koch. Und zwar nicht irgendein Koch, sondern ein sehr guter Koch. Er ist ein Sternekoch. Er ist ein absoluter Top-Chefkoch in einem sehr elitären Restaurant. War früher, so lernen wir, wirklich so ein absolut aufstrebender Jungkoch, der sich schon ganz früh großen Rum erkocht hat. Nur hat man eben jetzt den Eindruck, er ist in einem Restaurant oder arbeitet in einem Restaurant, in dem das nicht so gefragt ist. Der Restaurantbesitzer, der Riva, gespielt von Dustin Hoffman, der haltet überhaupt nichts von seinem experimentellen Zugang zur Küche, beziehungsweise zu anderen, andersartigen Kochen, sondern er ist der Meinung, das, was die letzten zehn Jahre funktioniert hat, wird er noch die nächsten zehn Jahre funktionieren. Und der Karl sollte doch bitte bei seinen Leisten bleiben und das machen, was funktioniert und was auch ankommt. Jetzt ist es so, dass sich ein ganz bekannter Restaurantkritiker ankündigt, dass er eben diesem Restaurant wieder einmal seinen Besuch abstattet. Das ist jeder wahnsinnig aufgeregt. Und der Karl möchte gerne außergewöhnlich kochen. Also er hat da ganz außergewöhnliche Ideen, ganz interessante Ideen, die er jetzt servieren möchte. Nur macht ihm da sein Chef einen Strich durch die Rechnung und besteht darauf, dass er das eben kocht, was normal auf der Karten, auf der Menükarte steht, was eben zur Folge hat, dass er von diesem Restaurantkritiker, der Karl nämlich, wird von diesem Restaurantkritiker zerpflückt. Und zwar auf die härteste Art und Weise. Also einfallslos ist das Netteste, was da in dieser Kritik zu sehen ist. Und das führt dazu, dass der Karl seinen Job hinschmeißt. Also er möchte so nicht mehr weitermachen. Er kann so nicht mehr weitermachen. Wir lernen dann, der Karl hat auch einen Sohn und eben eine Ex-Frau. Aus dieser Beziehung ist eben dieser Sohn entstanden. Zu dem Sohn hat er so eine La-La-Beziehung. Demegen sich, das funktioniert halt alles. Nur eben der Sohn ist der Meinung, der Vater lebt nur für seinen Job und hat nicht so den Zugang zu ihm. Seine Frau weiß, dass irgendwo tief drinnen im Karl noch irgendwo ein Feuer brennt, dass er eben wirklich unglücklich ist in dem Job, den er eben macht in diesem Restaurant. Und dieses Ereignis, dass er eben mehr oder weniger seinen Job hinschmeißt, also mehr oder weniger schmeißt Ehren hin, aber eigentlich ist er untragbar nach einer gewissen Aktion, die da passiert, entschließt sich die Familie, nach Miami zurückzufahren, zu dem Ort, wo sie sich kennengelernt haben. Und dort vor Ort gebärt der Karl eine Idee. Und zwar wird ihm ein Foodtruck vermittelt. Und ja, das ist eigentlich so sein Traum. Immer gewesen, einen Foodtruck zu besitzen und durchs Land zu fahren. Das zu machen, was er will, weil er kann kochen. Das weiß er und das wissen auch alle, die mit ihm zu tun haben. Seine Hilfsköcher wissen das. Es weiß eigentlich jeder. Er ist, auf gut Deutsch, er ist der Shit, was Kochen angeht. Und das möchte er eben dann mit diesem Foodtruck wieder verwirklichen. So, Kiss the Cook bzw. Chef. In der letzten Zeit hat sich ja gerade eben durch Instagram so ein Trend entwickelt, sogenannte Foodporn. Nichts anders ist der Film. Also man sollte diesem Film, das ist gleich mal eine Warnung voraus, wenn man hungrig ist oder wenn man gerade auf Diät ist, dann schaut euch den Film bitte nicht an. Der macht nämlich richtig Lust auf Essen, blöderweise. Der ist, also Gott sei Dank, ich habe mir nur bei Schauen die ganze Zeit gedacht, dass es irgendwie ist es fast schade, auf der anderen Seite dann eigentlich wieder gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, weil das wäre der Film, an dem man das einmal probieren könnte. Man kriegt da wirklich Appetit, wenn man den Film so anschaut. Das liegt natürlich in erster Linie an diese wunderbaren Kreationen, die der Chef da zubereitet. Genauso wie aber noch, wenn wir uns im Foodtruck begeben, dann, ja, man riecht die kubanischen Sandwiches fast. Also das ist wirklich ein Fest für alle Sinne, dieser Film. Schade, dass man das eben so dann nicht gleich verwirklichen kann, diesen Wunsch nach einem wunderbaren Sandwich, so wie es der Chef da eben zubereitet. Aber abgesehen jetzt einmal davon, wenn man das nämlich wegtut, wenn man so, wenn ein Film so vermarktet wird, von wegen, ein viel guter Film und man kriegt Hunger und man kriegt Lust auf Essen, dann ist es oft einmal so, wenn man dann das Element aus dem Film wegnimmt und den Film an sich mal betrachtet, dann bleibt manchmal nicht viel über. Das ist allerdings bei Kiss the Cook überhaupt nicht der Fall. Kiss the Cook ist ein wunderbarer Film. Ein absolut herzenswarmer, sehr sympathischer und sehr ehrlicher Film an der Stelle. Man kennt ja immer so diese Horrorgeschichten aus den Küchen beziehungsweise einfach Geschichten oder Storys von frustrierten Köchen, die nicht das machen dürfen, was sie eigentlich wollen und können. Dieses Prinzip treibt der Film wirklich auf die Spitze. Man verfolgt den wirklich wahnsinnig, also ich bin dem seinen Weg mit ihm gemeinsam wirklich wahnsinnig gerne mitgegangen. Das liegt aber natürlich auch zu einem sehr großen Teil am Hauptdarsteller. Das ist nämlich der John Favreau. Der hat sich in letzter Zeit eigentlich eher mehr als Regisseur so seinen Namen gemacht. Jungle Book, König der Löwen. War aber als Schauspieler immer wieder einmal in Rollen dabei. Iron Man beispielsweise, also generell in Avengers. Im Marvel Cinematic Universe war er groß dabei. Und eben da ist er ebenso ein Hauptdarsteller wie eben auch Regisseur. Und das ist wirklich eine sehr, sehr intelligente Entscheidung, die da getroffen worden ist. Denn John Favreau schafft es wirklich, einen absoluten Crowdpleaser hinzustellen mit dem Film. Also das ist wirklich, der macht so viel Spaß, der Film. Der macht nicht nur Spaß eben, weil es um Essen geht. Klar, jeder kann das irgendwie nachvollziehen. Der macht aber auch auf einer emotionalen Ebene wirklich, wirklich Spaß. Natürlich kann man so einem Film immer vorwerfen, dass er zwischendurch ein bisschen formelhaft ist. Deshalb vor allem, und das ist bei dem Film auch der Fall, meiner Meinung nach zum Schluss, um einige Gänge zu schnell unterwegs ist. Aber das ist halt dann so. Das ist bei solchen Filmen eben so. Das nehme ich dann auch gern in Kauf, wenn denn der Rest der Story passt. Es ist dann zum Schluss natürlich alles ein bisschen zu quietschig. Aber trotzdem ist das ein Film, der irrsinnig, irrsinnig sympathisch ist. Und den auch so kaum wer kennt. Und das finde ich wirklich, wirklich wahnsinnig schade. Ich habe den schon länger am Schirm gehabt, bin aber erst jetzt dazugekommen, dass ich ihn anschaue und muss wirklich sagen, Jean Faroe, Chapeau an der Stelle. Wirklich, wirklich gute Arbeit, die da abgeliefert worden ist. Downey Jr. tritt auf, Robert Downey Jr. in einer Rolle, die für ihn gemacht ist. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, einfach, es ist im Grunde, wenn man ehrlich ist, es ist nicht viel mehr wie ein Cameo. Aber trotzdem macht er wirklich Spaß an der Stelle. Jetzt Carly Johansson tritt auch noch auf den Plan. Ja, ist ein bisschen underused, aber es geht ja in dem Film nicht um sie, sondern es geht wirklich um den Carl, um den Chefkoch, der da eben auf eine Reise geht. Den einzigen kleinen Schwachpunkt, den ich vielleicht wirklich anmerken muss bei diesem Film, leider nicht so Vierfahra, gell. Also das ist wirklich so eine Schauspielerin, mit der kann ich nicht wahnsinnig viel anfangen. Dazu muss man auch sagen, natürlich, ich habe den Film wieder im Originalton gesehen, so wie alles. Und mir reißt die einfach immer aus. Ich kann nichts machen. Es ist vielleicht wirklich echt gemein, weil sie bemüht sich wirklich. Aber die Art und Weise auch mit dem Akzent und sie überdraht einfach. Es wäre zum Schluss besser. Also je weiter der Film voranschreitet, desto lieber wäre da irgendwo ihr Charakter und desto netter wird das Ganze. Aber gerade am Anfang haben wir echt gedacht, boah, Löwinger. Also es ist wirklich so ein bisschen ein Problem. Die Sophia Vergara ist wirklich ein bisschen ein Problem für mich. Aber wenn das der einzige große Schwachpunkt ist bei dem Film, dann glaube ich kann man damit schon umgehen, würde ich einmal sagen. Also, Kiste Cook zusammenfassend wirklich ein absolut netter Film von mir, bekommt er 8 von 10 Punkten. Und den kriege ich auch sehr gern, weil ich wirklich der Meinung bin, das ist so ein Film, den kennt die breite Masse nicht. Und ich möchte wirklich das nutzen jetzt. Wenn, weiß ich nicht, zwei Leute aufgrund meiner Review jetzt den Film anschauen, dann haben wir gewonnen. Schaut euch den Film an. Kiste Cook ist wirklich ein absolut netter Film. Lasst euch bitte nicht von den doofen deutschen Titeln abhalten. Ich weiß, das ist Kiste Coach, Kiste Cook, Kiste, Kiste Dog, Kiste Eis. Aber das, nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein, wie der deutsche Titel von dem, was man da geliefert kriegt. Das hat mit dem nichts zu tun. Sondern das ist kein Liebeskomödie, das ist kein Liebesfilm. Das ist ein Film über Essen, über Kultur, über Freundschaft, über Loyalität. Das ist ein Film über Familie. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, deren da aufgetischt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit darf ich mich auch schon ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.